jetzt geht es los ja es ist echt kann uns aufteilen dass du die rechte die ich die linke oder umgekehrt ich die rechte und du die linke ich nehme hier die türseite nein die vom haus diese rechte und die linke reparieren wo kaputt ist fertig ich finde die seite also dass also die hälfte nimmst du und ich nehme die hälfte gehen mir nicht auf den zünder warum das war aber kein tolles stürmchen das war ja das war ja einmal tief luft wir können natürlich auch unterwegs jagen aber es ist immer noch windig ja das sieht man doch an den blättern ich wollte noch ein paar stöcke haben damit habe ich auch mal kaputt nehme ich habe aber du hast für dich packen dabei ich habe jetzt noch zweieinhalb fackeln und boden fackeln habe ich vier ja ja auch reichen die nicht doch wir müssen ja auch der stöcke rein tun ja ja oder normales holz das ist eigentlich ist ich sag mal so ist es ja nicht unübersichtlich ich weiß jetzt auch nicht wieso wir da irgendwie ich bin nach der kapsel gegangen ich hab mich da irgendwie aber weiß aber weißt du warum eine woche her irgendwie dann dann weiß nein weißt du warum was denn auf dem ersten spiel stand wo wir das getestet haben ob wir das zusammen spielen können ja die insel in der mitte ja ja das ja ja wenn du dann ja ist so wenn du dann eine woche nicht spielst und letzte woche war ich ein bisschen unzurechnungsfähig ich habe jetzt auch noch mal so also fackeln müssen genug sein ich bin aber trotzdem pasern mit ja aber es kann ja nicht sein dass kummer dass unser haus nicht angezeigt wird ja das ist wirklich blöd also normalerweise auf dem anderen also auf dem single player weiß ich wird das angezeigt das haus also es ist schon komisch dass das nicht so ist ich lasse mal die marker hier wo sind wir da sind wir da mache ich den marker jetzt hin ja die frage ist was machen wir jetzt wir haben jetzt 11 uhr 2 das ist gar nichts aber ganz ehrlich die höhle macht mir auch wirklich angst wenn ich auch ganz ehrlich ja sollen wir in die richtung gehen habe ich die noch drauf ja ja die ist ja ja das rote war also wir haben jetzt warte wir haben jetzt holz bei wir haben gesundheitstränke bei keine haben wir weil ich habe 26 feile mal was essen ich habe 41 wir müssen etwas zu essen mitnehmen definitiv getrunken habe ich wir können auch unterwegs jagen und können auch vor ort uns zu essen machen weil wir haben da ja ein lagerfeuer haben wir du stehst auf dem feuer nimmt ja auch soja wohnen vielleicht mit oder sowas soja wohnen und ein bisschen noch fast wieder ein fleisch dran haben wir haben noch mal eine krippe in der rippe da drin und so die rippe die gibt dir also die füllt sein gesundheitsbalken ganz also bis ganz nach hinten das ist meine rippe bitte komm mal rein dass ihre nehme ich jetzt mit nein ist die mal bitte tun wir mal den gefallen in folge ich will dir das nur mal zeigen in folge gegessen diesmal geht drüber hinaus ja das wollte ich dir damit sagen so ok jetzt machen wir das mal hier aus ok dann lass uns mal gehen das ist schon weiter weg ja leider gottes dann lass mal die facke aus das finde ich bei dem spiel so cool wo hast du das schon dass du raus gehst und das sind bäume umgefallen und bäume umgefallen also dass das hat man ja irgendwie eigentlich sonst nie irgendwo hat oder dass du raus dies hat man ja auch schon das gehst raus und es brennt halt vom gewitter blitzeinschlag sonst die koordinaten nicht merken ja doch schon aber wir waren jetzt eben verwirrt ja das war ja auch dunkel das muss man jetzt noch wenn kein jump and run profi wenn man das denn sei nicht so dass ein kürbis die kannst du pflücken ja nehmt mal mit kann als kochen hier das kochen ball ist ja wenn uns der wurm da meist irgendwo ein tier sie ich sag bescheid ist ein frisches fleisch können wir auch noch mitnehmen ich sehe eins vor mir direkt was das warum lachst du woher wusstest du dass ich dich meine ich kenne dich nun mal halt und ich habe nicht genug sauerstoff ich habe nur 33 mit ich habe nur 19 na wunderbar also sauerstoff müssen auch noch mitnehmen ich glaube ich hatte ich nicht da gelassen wieso ist der weg jetzt so kurz dazu sage ich nix der ehrlich selbst guck mal dann warte mal ich mach mal klein abschnecht und das sauerstoff das nehme ich jetzt auf jeden fall noch nicht macht das die pause nach koordinaten gehe ich sowieso nicht so gerne kleine kraft da ja das jetzt nicht unbedingt mein lieblings wo bist du denn links rechts koordinaten guck mal oben auf dem kompass ja ich sehe bist du hier also das genauso mit kürbis kürbis hier ist auch noch hier der märme herrück nicht mitnehmen zu schwer wüsste schon an der höhle oder was neишь das ist schön dass du weg grenzt übrigens heute an woll nur mal zur info Du wirst mich ja retten. Na, wenn ich schnell genug bei dir bin schon. Ich bin schon in der Höhle. Hermano sagt, sie macht mal einen kleinen Abstecher. Sie hat den Abstecher gemacht. Ich bin instant direkt auf die Höhle zu. Sollen wir das mitnehmen? Unsere Kiste hat nicht überlebt. Ja, sagen wir mal, die Kiste ist nicht der Inhalt, aber wir tun die rein in die Kiste. Ich lasse mich aber, dass wir das jetzt tragen können. Da ist ja gar nichts drin, außer die drei Samen da. Ja, siehst du, lass es liegen. Aber wir müssen, denke ich, mal eine neue Kiste machen. So. Hier vorne war gleich der Erste. Denkt dran. Und so facke glüht. Das ist gut. Das ist gleich der Erste. H2-2 draufgeschossen. Der Nächste kommt jetzt hier unten direkt. Das Lagerfeuer steht aber noch, oder? Weiß ich nicht, welches Lagerfeuer. Wo ist das? Da hinter dir. Der kommt aus dem Lagerfeuer? Ja, ist ein Feuerwurm. Beruhigend zu wissen. Komm, kleiner Kackwurm. Komm jetzt her. Das kommt ja nicht. Ich schwöre, wenn wir davor stehen. Soll ich hier mal eine Fackel hinstellen? Soll ich hier mal eine Fackel hinstellen? Ja, bitte. Ich lausche gerade. Dem nicht auftauchenden Wurm. Wurm. Ein kleiner Dreckswurm. Ich schwöre, wo ist der? Siehst du den? Na ja, da oben wieder. Wenn du mich triffst, Kollege, dann bist du echt. Ich reiße dir eigentlich nicht die Zipfelchen raus da. Natürlich hat er mich gewissen. Aber da kann doch nicht alles gewesen sein. Nein. Kann ich nicht. So. Die Fackel steht auch. Okay. Hab ich mich gerade erschrocken. Warum? Weil. Habe ich dich wieder erschreckt, oder? Nein, das Auto bei dir. Ach so. Also hier ist, wir haben ja richtig viel abzubauen. Ja, ja. Ich bleibe auch hier vorne. Wir müssen nur noch mehr Licht machen. Ich bin ja schon dabei, aber... Ja, ja. Ich suche gerade diese verdammten Würmer. Hallo. So, hier habe ich Licht. Oh, diese Geräusche. Kopfschwein würde. Nein, das jaulen. Das hörst du nicht, oder was? Jaulen. Was bin ich? Ja, du heuls, ne? Wie ein Wolf. Ja, aber hier kommen die nicht rein. Hier kommen keine Wölfe rein. Ja, sag mal, wo zum Henker sind die Würmer? Ist das nicht scheißegal, wo die sind? Ich finde, es hört sich hier richtig gruselig an. So. Mehr Licht gibt es jetzt hier nicht. Werden damit zu leben? Ah, da ist einer. Der beiß dich. Ja, ich kann nichts machen. Warte, ich habe keine Ausdauer mehr. Kannst du den? Kommst du an den dran? Ja, ich schieße den gerade. Hatte hier jetzt noch einer. Ich muss mich noch mal ein bisschen Sicherheit bringen. Er ist tot, der hintere. Ja, ist gut. Warte, ich muss ein Stück hier zurück. Ich muss mich mal irgendwo hinstellen. Ich sehe ihn an den anderen nicht. Ich sehe ihn an den nicht. Weiß nicht, wo der ist, der andere. Ich habe nur den einen und den habe ich geschossen. Ja, ne, ist gut. Heute ist es echt der Wurm drin. Die sind auf der anderen Seite. Ja, dann lasst sie da sein. Ich hau schon mal hier Eisenherz ab. Auf der Seite waren die lassen. Ja, aber ich habe jetzt, ich will nicht darüber gehen, bitte. Ich muss noch mal eben an, ich muss mal eben ans Feuer, weil ich habe eine Lungenentzündung. Du erzählst mir gerade, dass du mich hier alleine lässt. Nein, ich bin nur hier am Feuer. So, ich muss mal an. Auch. Tiefbauerz vorkommen Eisen. Aber hier kann ich noch gar nichts machen. Okay, Tiefbau kann man nicht. Ja, ja, da müssen wir, da kommt nachher so ein Extraktor drauf. Tiefbauerz. So, warte mal, das ist das. So, ich habe auch die Lungenentzündung. Hallo. Ja, du musst, äh, äh, Antibiotika, ne? Warte. Wo bist du denn? Wir dürfen jetzt nicht rausgehen, ne? Ne, ne. Du kannst, äh, ich, dafür sind die Antibiotika, du kannst das nehmen. Äh, antiparasitäre, antibiotische Paste, oder was? Genau, das dauert ein bisschen, aber das hilft dagegen. Und dann kann man gleich ein bisschen abklocken. Warum, warum spielst du mit mir solche Spiele, wo du weißt, dass ich solche Angst habe? Also, äh, wir haben es ja zusammen angetestet. Du hast gesagt, du machst die Höhlen. Ich brauche nur bauen. Ja, ein bisschen leveln müssen wir ja. Ich weiß nicht, ob das alleine nur durchbauen geht. Ich habe level 7 erreicht. Ha? Ich habe jetzt level 7 erreicht. Du kannst ja nachher auch mehr bauen. Das ist ganz klar. Ach, das ist, ich wollte eine Kiste bauen. Magst du die bauen? Habt ihr das jetzt gehört? Ach, siehste, ich wollte die Kiste bauen. Magst du die bauen? Weil ich gerade mein Holz ins Feuer getan habe. Nein, weil dann stell mal die, äh, neben das Lagerfeuer und dann hole ich die Sachen so nach und nach, weil dann brauchst du jetzt nicht nochmal mit hierher zu gehen dann. Ich glaube nicht, dass ich das Material dabei habe für eine Kiste. Warte mal, ich guck mal. Ich glaube das auch nicht. Dann, 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 was fehlt denn hier noch? Wie fehlt Fasern und Holz? Also Fasern kann ich dir geben, nur Holz nicht. Bleib mal in der Höhle. Oder nee, anders. Ich bleib, geh du mal in den Baum. Nein, ich bleib hier. Du gehst, Baumhau. Du treibst mich jetzt hier nicht nach draußen, das sag ich dir. Oh. Jetzt hast du sie da, wo du sie haben wolltest, Manu. Was heißt das? So, jetzt. Damit wird es kein LS25 auf diesem Kanal geben. Und jetzt, guck mal, wie schadenfroh sie lacht. Lieber Philipp. Na? Kommt denn jetzt der Wolf hierher? Bring auch gleich mit. Ja, ja. Wo kommt denn jetzt der Wolf her? Ja. Also, ne? Ich wollte eigentlich einen Baum haben, so hier, ne? Diese Fitzelchen Eisen hier abzubauen, ist aber auch ein Ding, ne? Ja. Vor allen Dingen, wenn du sie nicht triffst, ne? Dann hast du das eben, dass es kein Riesbaum hat. Ist das jetzt weg oder nicht? Na, ich glaube schon. Du hörst das. Ich kann das. Ja, wenn du redest, kann ich nicht hören. Das ist wie beim Film gucken mit dir. Dankeschön. Das ist so freundlich. Hat einer Kanalpunkte zu vergeben, wo man schweigen muss? Ja, ich könnte. Jetzt bin ich zu schwer. Tu nichts, als wenn es dir leid tut. Ne, tut mir nicht leid. So, ich muss jetzt mal eben hier sammeln. So, auf jeden Fall, wie gesagt, frisches Fleisch gibt es auch. Ist ja auch nicht schlecht. Bist du jetzt hier da? Nein. Ich muss den Baum auseinander kloppen. Du wirst noch ein bisschen dich gedulden müssen. Aber ich bin fast da. Sagen wir mal so. Fast. Wenn ich gar nicht wieder reinkomme, kannst du ja mal kurz rausgehen. Nee. Geh nicht dahin, wo du die Wolfe hingelockt hast. So, jetzt habe ich Holz. Weißt du, wie lecker Kaffee schmeckt? Ja, weiß ich. Oh, ich kriege XP. Das ist gut. So. So, jetzt schneide ich erst mal hier eine Kiste hin. Ach, du kannst Kisten bauen? Oh. Du hast deine Axt weggeworfen. Stimmt, hier. Ich kann keine großen Kisten bauen. Na, sowas. Ich hätte gerne Holz und Fasern. Dankeschön. Naja, leck dich frisch hier. Eine Frösche, weißt du, echt. Ich kann mich kaum bewegen hier. Ich werde die Kiste... Stell sie nicht zu weit am Eingang, weil sonst ist sie wieder hinüber. Hier hinstellen. Nee. Da, wo das Feuer ist, kommt die Schlange raus. Der Wurm. Ja, den muss ich sowieso töten. Aber der kommt doch da raus. Weil hier ist sie geschützt, weil der Sturm, der macht die sonst kaputt. Und dann musst du das alles auf einmal nehmen. Das kann man nicht. Ich muss was trinken. Ja, jetzt habe ich aber gleich ein Problem. Ahaha, hast du ein Glück. Was für ein Problem? Ja. Bin etwas voll. Trinken. So. Äh. Warte. Überholt. Der kann weg, der kann weg. Das kann weg, das kann weg. Kürbis kann weg. Kürbis Kern kann weg. Noch einen Pfeil will ich nicht haben. Verdäumene Pflanzen will ich nicht haben. Ähm. Dafür bin ich noch Holz. Das Essen behalte ich. Das werde ich jetzt noch essen. Konsumieren. Also zwei Fleisch tue ich jetzt mal hier rein. Was war das? So. Mehr hat dieser Dänische Wolt nicht gegeben. Ja, aber wenig. Ich tue mal die eine Bohnenfackel in die Kiste mit rein, falls du auf die andere Seite noch hin willst. Ich gehe da besser nicht hin. Ich denke mal, dass wir, wenn wir das irgendwie hier kriegen würden. Das ist die letzte, die ich habe, nur mal bemerkt haben möchte. Weil aufstellen sollten wir die wahrscheinlich noch. Warte mal, das kommen wir mal hier rein. Also Stein weg. Was ist das? Lederkant weg. Ich habe gerade Andrinas Lieblingsspiel im Discord gepostet. Was ist es denn? Wahrscheinlich ein Horror. Horror. Entweder irgendwas mit Einhörnern oder irgendeinem anderen Horror-Kram. Ja, wir brauchen mal so ein richtiges... Wenn einer von euch das mal sieht, so ein richtiges Cozy-Game mit Einhörnern. So richtig ätzend. So richtig... Das müssen wir unbedingt spielen. Jetzt wisst ihr. Ich muss an deine Schmerzgrenze. Die hast du. Schon lange überschritten. Boah. Vorsichtig. Ja, ich vorsichtig. Ja. Ich glaube nicht. Ich glaube schon. Der Wurm ist weg. Erlaubst du das? Oh, jo. Horror mit Monster Einhörnern. Ja, das genau, Olli. Genau das. Ja, genau. Das ist das, was sie mir antun würde. Ja, klar. Oh Gott, ich höre da nur Geschrei. Kriegst du den Wurm nicht tot, oder was? Also wenn nicht, dass ich nichts sehe. Ich habe dir doch eine Fackel gegeben. Ja, was müssen wir denn? Ich muss erst mal den Wurm töten, bevor ich die Fackel aufsteigen kann. Oder wie soll ich das machen? Hallo, Miri. Danke schön, dass du so schnell Ja gesagt hast. Boah, irgendwo würde ich ja gerne die Fackel hier platzieren. Kann man eigentlich die Höhle zusammen zumauern, so ganz schnell? Äh, ja, kann man. Aber ich glaube, ich mauche langsamer, als sie das wieder zerhacken tut. So, okay, hier ist jetzt auch Licht. Ja, sehr schön, siehst du. Wir brauchen aber trotzdem noch eine Boden Fackel. Da hinten in die Ecke muss noch eine. Eine Boden Fackel. Boah, was? Ich habe keine Ausdauer. Ich habe keinen Schwefel für Boden Fackel. Hast du da zufällig Schwefel in der Kiste? Das weiß ich jetzt nicht. Ach, nö. Nö. Einfach nö. Kann ich dir leider keine Boden Fackel machen? Wie viel hast du denn jetzt aufgestellt? Sechs hatte ich. Sechs. Sechs, eins, zwei. Hier vorne sind zwei. Ich weiß jetzt auch nicht, ob die alle noch Treibstoff haben. Na, ich gehe mal noch, ich gehe mal einmal Holz holen. Wieso Holz? Ja, zum, als Treibstoff. Du musst nicht in die Höhle gehen, Andrina, kein Problem. Was? Das mache ich. Also komm, du bist ja in der Höhle jetzt relativ sicher. Da passiert dir jetzt erst mal nichts. Ich werde gegen die bösen Höhenwürmer kämpfen. Ja, mache ich ja auch. Ich gehe mal zusammen.